Neu im Skigebiet Gestein ist die Wiesenverbreiterung am Stubnerkugel von der Buchebenwiese bis zur Bellevue-Alm und die Beschneiungsanlage ebenfalls von Bucheben bis zur Bellevue. Im Skizentrum Angertal haben wir den Gasti Schneepark erweitert. Durch Verlängerung der Förderbänder haben wir eine kleine Skischaukel für die Anfänger eingerichtet. Im Skizentrum Angertal werden wir heuer erstmals kostenlos Wireless LAN für all unsere Kunden anbieten. Für Nicht-Skifahrer haben wir heuer ein sehr attraktives Angebot mit der Wanderschaukel. Das heißt, man benutzt die Stubnerkugelbahn, wandert über die Hängebrücke zur Senderbahn, kann mit der Senderbahn ins Angertal fahren und hat dort herrliche Winterwanderwege, macht eine kurze Kaffeepause und gondelt wieder mit den Bahnen zurück nach Bad Gestein. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020